So, heute das erste Video in 2023 von Abler Baumaschinen. Ich bin Markus Abler. Heute ist der 6. Januar. Das heißt, es ist Heilige Drei König. In Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt leider nur. Die anderen müssen arbeiten. Und weil heute Heilige Drei König ist, haben wir die Heilige Dreifaltigkeit des Asphaltbaus oder Gehwegbaus hier zu stehen. . Musst du das Gerät erst mal aufziehen, oder? Erst mal aufziehen, das Gerät. Zuerst, ich freue mich sehr, dass das Oldtime Video so gut angekommen ist, dass wir jetzt die 1000 Abonnenten geschafft haben. Ich hoffe, es geht weiter so. Ich freue mich, dass ich sehe, dass euch die Videos gut gefallen. Heute machen wir wieder was ganz anderes, heute wieder drei Baumaschinen und heute geht es um kleine Baumaschinen im Straßenbau. Deswegen haben wir jetzt hier eine Fräse stehen, einen fertiger und eine kleine Kombi-Walze. Und man kann sich jetzt zum Beispiel, wenn man sich so eine Situation dafür vorstellen wollen würde, wie das, wofür man das braucht, wäre jetzt zum Beispiel ein Klassiker, es wird eine Glasfaserleitung im Gehweg verlegt oder eine Gasleitung oder ähnliches. Und das kennt ja jeder das, wenn der Gehweg so aussieht, dass er in der Mitte mal zieht, dass er unterschiedlich geteert ist oder betoniert ist. Und da wäre jetzt genau die Situation, wo man sagt, okay, ich nehme jetzt als erstes die Fräse, ich fräse da ein Stück weit auf. Das ist jetzt natürlich eine kleine Fräse. Man kann auch alles theoretisch direkt auf größere Maschinen übertragen, weil jede von den Maschinen gibt es ja einen viel, viel größer. Und genau, ich würde auffräsen, würde die Leitung verlegen, nehme den Fertiger, fertig halt den Teer ein, planiere das Ganze einigermaßen und dann nehme ich mir hinten die Kombi-Walze und verdichte. Mit der Kombi-Walze ist vorne Stahl, hinten Gummi. Fertiger fährt man den Asphalt damit und mit der Fräse fräst man auf. Genau. Und jetzt gehen wir mal genauer ein bisschen auf die einzelnen Maschinen ein. Und ich zeige die euch mal schnell. Wir stehen jetzt hier vor der Wirken W35DC Asphaltfräse. Wie immer haben die Buchstaben oder Zahlen in der Modellbezeichnung so auch eine Bedeutung. W35DC heißt, also W ist Wirken W, das ist halt, deswegen wahrscheinlich das W35 ist für, das ist eine 35er Fräse, also 35 cm, sprich 350 mm Breite. Und DC, das ist eine Tiefenfräse, also die geht 110 mm runter. Die normale W35 geht nicht so weit runter. Und die DC ist halt die, die tiefer geht. Das ist jetzt eine Dreiradfräse, ist bei den kleinen Fräsen normal. Dass die dreiradig sind, die ist auch wendiger. Das ist nämlich ziemlich praktisch, weil mit der kann man jetzt auch so Sachen machen, wie zum Beispiel, dass man sagt, wenn jetzt die komplette Straße abgefräst wird, dann hat man auch immer so eine kleine Fräse dabei. Dann kann man nämlich mit der kann man zum Beispiel perfekt um einen Kanaldeckel rumfahren und den freifräsen. Und genau, zum Beispiel auch Gehweg bauen, natürlich nimmt man auch so eine kleine Fräse. Wir haben hier hinten das Rad, das ist fest. Ich kann da hinten hoch und runter fahren. Und wir haben auf der anderen Seite, sehen wir dann gleich ein Rad, das wir einklappen können zum Transport. Das ist dann ein bisschen schmäler, aber in der Regel ist es draußen. Die Fräse ist Baujahr 2006, hat circa 4000 Stunden. Der Stundenzähler ist schon mal gewechselt, falls wir sie später sehen. Sie hat 4500 kg, hat eine Rußpartikelfilteranlage. Das ist hier dieses Teil. Und das braucht man für, wenn man jetzt so etwas zum Beispiel einsetzt im Tunnelbau oder in der Schweiz zum Beispiel ist es Pflicht, haben alle Baumaschinen eine Rußpartikelfilteranlage. Und genau, also Tunnelbau kann man das benutzen. Und jetzt können wir mal hier hinter gehen. Lenken tut sie vorne mit dem einen Rad. Wie wir jetzt sehen, da kann man das komplette Teil hydraulisch runterlassen. Wir können bis hier runter fahren, dann sitzt man ganz unten, dass man natürlich auch in die Tiefe fräsen kann. Wir sind jetzt ganz oben, weil ich die hier gerade hergefahren habe. Und man fährt in der Regel in einer höheren Stufe. So, dann haben wir hier das Förderband. Das ist auch sehr praktisch und auch wichtig, dass wenn man fräst, das Material muss ja auch irgendwo hin. Sonst wird es ja einfach liegen bleiben. Und deswegen hier hinten das Förderband. Das ist klappbar. Ne, das ist nicht klappbar. Das ist nicht klappbar. Es gibt klappbare Förderbänder bei den Fräsen. Man kann es hoch und runter stellen, ein bisschen seitlich verstellen. Und dann kann ich da hinten mit dem Kipper hinfahren oder theoretisch auch mit dem Schubkahn oder je nachdem, was man da hat, wie viel Platz man hat. Und dann geht halt das Material, das man rausfräst, gleich da hinten drauf. In der Regel ist es Asphalt, aber auch oft Beton. Und man kann jetzt zum Beispiel aber auch so bestimmt sagen, wie jetzt einfach einen gefrorenen Boden oder so, den man ein bisschen auffräsen muss, die obere Schicht runterfräsen. Kann man damit auffräsen. Hier ist das Rad, von dem ich vorhin gesprochen habe. Wenn man hier hinschaut, da ist der Platz dafür, wo man es einklappen kann. Man kann da hoch fahren, dann kann man hier raus. Man kann das komplette Rad einmal da nach innen stellen, dass man auf dem Hänger drauf kommt zum Beispiel. Hier sieht man noch meinen Großpartikelfilter. Den können wir aufmachen. Genau, was ich noch nicht gesagt habe. Hat einen 42,5 kW Motor. Schauen wir mal. Können wir mal reinschauen hier. Wie man sieht, kleiner Motor. Ja, Hydraulikanlage hat sie natürlich einen drin. Und wie ich sagen, lassen wir die mal laufen. Und dann kann ich auch mal zeigen, wie das man fräsen muss. Wir können jetzt vorher noch einmal in die Fräse runter filmen. Also die Fräswalze. Da sieht man dann halt die einzelnen Zähne. Und mit den Zähnen fräst ihr halt das Material auf. Ich stehe jetzt oben. Ich drehe halt meinen Schlüssel rum. Ich habe hier einen Startraum. Jetzt läuft sie. Hier habe ich mein Gas. Hier kann ich jetzt das Förderband laufen lassen. Ja, und jetzt kommt, was man auch noch sehen kann. Ich fahre jetzt mal runter. Jetzt sind wir ganz unten. Weil ich fahre wieder hoch, dass die Fräswalze laufen kann. Weil ich kann jetzt... Ich kann jetzt hier unten entfräsen, sonst ist ja unser Plaster kaputt. Das wäre auch ein bisschen gut. Warnlampe habe ich hier angemacht. Auch immer wichtig auf der Baustelle. Jetzt haben wir gerade die Fräse laufen sehen, es funktioniert einfach so im Endeffekt mit den Zähnen, fräst die Fräse das Material ab, das Material geht hinten aufs Förderband und wird rausgefördert und dann haben wir da so einen schönen Graben und das harte Material, das wir jetzt nicht einfach auspacken können, aber damit weggefördert. Das ist so der erste Schritt bei so einer Baustelle, wie wir uns jetzt gerade vorstellen. Und jetzt gehen wir dann weiter zum Fertiger. Wir stehen jetzt am Fertiger, das sind Vögele Superbäusch 6-90 Fertiger aus Baujahr 97 mit 3.500 Stunden. Und weil wir gerade nochmal darüber gesprochen haben, das mit den Stunden ist immer, da sind jetzt zum Beispiel beim Auto ist ja der Kilometerstand interessant. Man weiß jetzt beim Auto zum Beispiel, okay, 100.000 Kilometer ist so ein Schritt, 200.000 Kilometer gehen dann die meisten schon Export und 300.000 bis 500.000, das laufen ja die Autos heutzutage meistens gar nicht mehr. Und so, wenn man jetzt da spricht bei der RTL hat 4.000 Stunden, hier sind wir bei 3.500 Stunden, das ist so eine normale, sag ich jetzt mal Laufleistung, wo die Maschinen bei uns hergeben werden, also so kleine Maschinen entspricht. Das ist zum Beispiel da hinten der Hyundai Bagger, das ist sowas, der läuft halt einfach mal. Das sind große Kettenbagger mit 30 Tonnen oder 35 Tonnen, die laufen aber 15.000, 20.000, 25.000 Stunden in Deutschland. Aber die kleinen Maschinen, die werden halt auch eher dann gezielter genutzt. Das heißt zum Beispiel die Fräse, die wird jetzt dann, die wird auf die Baustelle gestellt und wird dann kurz für eine Stunde benutzt und dann wird sie wieder weitergefahren auf die nächste Baustelle, weil man damit einfach nicht so groß arbeitet. Und mit so einem Bagger, der zum Beispiel in der Grube läuft, der läuft am Tag einfach zehn Stunden, arbeitet davon wahrscheinlich sieben Stunden oder acht, neun Stunden, also je nach dem Fahrer, wie viel der den laufen lässt oder wie viel nicht. Aber genau, die Maschinen laufen halt, bei denen ist eine geringere Laufleistung, also eine geringere Stundenleistung eher normal, weil das halt alles aufzeichnet und der Kilometerstand wäre bei sowas halt komplett irrelevant, weil das ist ja nicht dafür da, um weit zu fahren. Genau, wir haben den 6 durch 90, Vögele Superboy, Bauer 97, 3.500 Stunden, wir haben ein Kettenlaufwerk, es gibt auch einen Radfertiger, wenn wir mal einen da haben, zeige ich euch natürlich auch ein Video davon, aber das ist in Deutschland eher unbeliebt, das ist eher so, dass die in Frankreich, Belgien und sowas fahren. Die Ketten kommen dann halt einfach auf einer Baustelle besser weg. Laufig ist schön, wir haben eine Nivelierautomatik, wir haben eine Einbaubreite von zwei Meter zehn, das bedeutet, wir können jetzt, also so wie jetzt da steht, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein Meter dreißig, ein Meter fünfzig, wir können hydraulisch verbreiten auf zwei Meter zehn und wenn wir vorne noch die Anbauverbreiterungen drin liegen, das ist eine Mecha-, äh, genau das ist die, das ist die hydraulische Verbreitung, das ist die mechanische Verbreitung, das heißt, wir müssten die anbauen, wir müssten die hinschrauben, das sind nochmal diese Schnecken, die den Asphalt nach außen fördern und hier sind nochmal die Verbreiterungen, wo, mit den Blechen, wo quasi den Teer planieren wird. Wir können nochmal rumgehen, wir haben einen Deutzmotor, KW weiß ich jetzt gerade gar nicht, das hier hinten ist die Bohle, die kann man eben verbreitern, der Teer wird von vorne durchgefördert, einmal durch die Maschine, kommt hier hinten hin, wird über die Schnecken nach außen gefördert und wird dann mit der Bohle so schön sauber gerade planiert. Wir können uns hier die Steuerung anschauen, fahren würde ich jetzt in dem Fall, hier ist der Fahrhebe, hier ist vorwärts, da ist zwei, aber da muss ich noch hier zusätzlich drauf drücken, dass ich rückwärts fahre, hier kann ich lenken, da drüben kann ich die Bunker steuern, das sind vorne die Teile, die aufmachen und hier kann ich die Bohle hoch und runter fahren. Wie gesagt, wir lassen ihn nicht laufen, weil ich nicht will, dass das Video zu lange wird und wir haben noch ein anderes Video von einem D-Mark DF-115C Asphaltfertiger, das ist eine größere Maschine, da haben wir euch schon alles gezeigt und das wäre vielleicht ein bisschen instanter, wenn ihr euch das anschaut, deswegen machen wir jetzt hier eher einen Schneidaufgang an der Maschine, können wir nochmal hier vorkommen, das, wie gerade gesagt, sind die Bunker nochmal, die kann ich eben hier so komplett aufmachen einmal und dann kann ich da vorne mit meinem Kipper hinfahren, hier fährt man wahrscheinlich dann eher mit so einem 7,5 Tonnen Kipper oder mit einem Kipper mit einem Thermofas drauf hin, weil der Thermo muss ja auch immer warm bleiben, ist auch immer wichtig zu sagen, weil sobald er kalt wird, ist der nicht mehr zu verarbeiten, deswegen hat man da meistens dann entweder einen Thermofas drauf, kann ich euch auch mal zeigen in einem anderen Video oder gibt es auch spezielle Kipper einfach dafür. Die haben da hinten diese kleine Schüttung und können halt gezielt da reinfüllen. Das war es dann eigentlich zum Fertiger und dann können wir schon weitergehen zur Walze. Du bist fertig? Ich bin fertig. Aber das ist ein Fertiger. Das ist ein Fertiger. Wir stehen jetzt vor der Walze, das ist eine HAM HD10K, K steht für Kombi und Kombi bedeutet, wir haben vorne Stahl und hinten Gummi. Das gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Erstmal die Daten von unserer Maschine jetzt, also alle drei Maschinen, die ihr hier seht, sind noch zum Verkauf. Die ist Baujahr 2007, hat circa 2500 Kilo und 3.900 Stunden, genau. Wir haben hier Stahl Gummi, ist eine klassische Straßenbauwalze, weil wir können vorne verdichten und haben halt vorne das viele Gewicht, verdichten gescheit. Und hinten fahren wir hinterher mit den Gummiredern, die werden eben schön warm und damit kann man halt beim Tear das beste Ergebnis erzielen, weil die Gummirad, also es gibt auch große, reine Gummiradwalzen, aber hier hat man halt den Vorteil, dass man es kombiniert. So, und die Hinterreifen werden schön warm, man kann über den Reifendruck regulieren, wie man da die Bahnen einstellt und das macht dann halt so das Finish und das Endergebnis, das richtig schön wird. Wir können einmal rumschauen, das sind ja relativ kleine Walze, was sehr selten ist, die Walze hat eine Kabine, ist natürlich für den Fahrer sehr schön. Die meisten Walzen, die so klein sind, haben aber eher keine Kabine. Wir haben noch zusätzliches Gewicht, was eigentlich meistens sogar gut ist bei einer Walze, wenn man will, dass die viel Gewicht hat, dass die auch gescheit verdichten kann. Sitz, normale Steuerung, man fährt über den Hebel, vor und zurück, hier unten haben wir das Gas, Handbremse, Vibration kann man noch machen, zeige ich euch gleich beim Fahren. Hier hinten sieht man nochmal schön die Gummireder, die sind eben sehr nah zusammen und bringen das schöne Ergebnis. Man hat hier Wasserdüsen, die spritzen Wasser hin, dann kann man eben, falls die Reifen zu heiß werden sollten, weil der Asphalt noch zu heiß ist, kann man die damit kühlen, kann die Temperatur ein bisschen regulieren. Was ziehen wir sonst noch? Hier gehört noch ein Kantenkleiderad eigentlich hin, das ist nicht montiert, das benutzt man dann eben, das ist so ein Rad, das geht so, so nach außen und das, wie gesagt, schneidet die Kanten und das ist halt, weil man hat ja den Asphalt da dort und man will ja dann, dass der sauber abgeschnitten ist beim Randstein zum Beispiel. Und deswegen fährt man dann mit dem Kantenkleiderad nochmal drüber, hat das gleich alles weg. Und genau, das war es eigentlich schon, zeige ich es euch gleich beim Fahren. Und jetzt aber noch zusätzlich, es ist natürlich nicht so, dass jede Gehwegbaustelle so abläuft, sondern man kann ja auch, wenn man jetzt einfach was Kleines zu tun hat, kann man sagen, okay, ich spare mir jetzt den Fertiger und fahr einfach mit dem Schubkan hin, nimm den Asphalt, mach das da hin und fahr dann mit der Weite drüber oder mit einer Rüttelplatte drüber. Man kann das ja mit der Schaufel auch relativ schön gerade machen. Vor allem die Leute, die Straßenbauer, Asphaltbauer, die können das schon richtig gut und die haben dann natürlich auch ein Augenmaß dafür. Und dann könnte man sagen, Fertiger spare ich mir. Fräse wird man in dem Fall, also wenn man jetzt einen 9-G-Weg macht, braucht man die Fräse jetzt natürlich nicht, weil man dann normalerweise ja einfach Kies drunter hat. Aber wenn man jetzt halt, wo, also man muss schon, die Straße muss man ja auch wegbringen, kann natürlich bei einer großen Baustelle auch wieder, wenn man sagt, man hat es schon mal ein Stück angefräst und man reißt die komplette Straße raus und nicht nur die oberste Schicht, dann kann man ja die, kann man die komplett rausreißen, kann man dann sich einen kleinen Bagger nehmen, dann geht das natürlich auch. Aber meistens, wenn die Straße dann erneuert wird, die obere Schicht erneuert wird, das kennt man ja auch, die meisten so aus dem Dorf oder sowas. Und da nimmt man sich dann, geht man eigentlich nach der Reihenfolge vor. Ich fahr jetzt nochmal kurz, dann könnt ihr die Vibration sehen und könnt sehen, wie die Walze läuft. Schichter! 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 So, wir stehen jetzt hier wieder davor vor unseren Maschinen. Ich hoffe, ich konnte euch da jetzt einen schönen Einblick geben, wie so eine Straßenbau-Baustelle natürlich läuft. Ich bin kein Asphaltbauer, wollte ich auch nochmal dazu sagen, nicht, dass sich da in den Kommentaren irgendjemand zu schreien anfängt und sagt, ich sage alles falsch. So, der Ablauf ist grundsätzlich richtig. Natürlich gibt es noch viel mehr Schritte, die dazwischen sind, aber ich versuche euch einfach unsere Maschinen zu erklären, wie die Maschinen eingesetzt werden. Ich denke, wir haben ein relativ schönes Line-Up für die kleinen Baustellen und es ist ganz gut zu zeigen mit so kleineren Maschinen. Im Endeffekt, wie vorhin schon gesagt, man kann alles auf größere Maschinen und größere Baustellen übertragen. Und genau, wir hatten eine Fräse hin, fertig eine Walze, alles steht noch zum Verkauf. Ihr könnt euch die Maschinen bei uns auf der Internetseite anschauen. Wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas nochmal näher sehen wollt, könnt ihr mir gerne Bescheid geben. Zu dem Fertiger, wie vorhin gesagt, ich verlinke euch das Video von dem D-Mark-Fertiger, das ist ein größerer, da kann man es noch ein bisschen besser sehen. Und genau, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn ich mir ein Like und ein Abo da lasse und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.